Tka... Jaaa... Es gibt nur sehr seltene F... Jetzt wird es auf einmal schneller, das hat mich raus. Ja... halte zu jeder Zeit. Oh... Alles an... Das auch... Hinsetzen einfach auf den linken. Weiter! Ich bin bereit! Penis... homogen... Erectus... Boom 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 Boom! Zor Kameras laufen, zor Kameras! Mhrrrr... Die Kamera! Lukas, du bist vor der Kamera! Boah, krass, so zu mal fassen und so, meinst du, ne? Das ist eine ernste Sache, so ne Show. Überragend, lieber Nico. Das ist großartig, das wird ganz lustig. Ein absoluter Klassiker. Elefantenscheiße. Elefantenscheiße. Immer bei der Aufnahmeleitung ab. Immer. Meldet euch am... Und jedes Training an den Kopf geworfen. Und Stichwort an den Kopf geworfen. Wir fangen direkt nochmal an, okay? Ich muss jedes Mal machen, habe ich einen ganzen Channel nur mit Outtakes. So. Ich soll Elefantenscheiße. Elefantenscheiße. Scheiße. Sag doch mal was zu deinen Eltern. Ich grüße meine Eltern. Und meine Mama und meinen Papa. Lach weiter, das ist bestimmt witzig. Boah, das gibt's doch gar nicht. Perfekter Klassiker. Nein. Da kommen immer noch Punke. Pung, 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 Pung. Normalerweise ist der Pausenklop. Aber wie, es tut mir jemand die Pause klauen. Keine Gnade. Niemals, nie. Auch für Making-of-Material. Keine Gnade. Achtung. Und das war's auch schon wieder bei KKR. Du hast deine Reaktion verfallen. Ist okay. Nein, ich hab auch in den Brüsten rumgespielt. Da hast du angefangen zu reden. Brrrr. Bitte stellt jeglich. Das ist vollkommen recht. Bibbidi, Barbie, die Bo-Elefantenscheiße. So. Und das war's auch schon wieder bei KKR. Pung, 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 Pung. Da kommen immer noch Punke. Pung, 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 Pung. Pung, 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 Pung. Es gibt nur sehr seltene Fälle, bei der ihr genauer... Jetzt fängt's erst an.